Da ist mal wieder Onradar hier Wenn der in normalem Auto ist, kann ich ihn holen Ey, ey, gib mal einen White, geh in deinen Ey, äh, Hu, gib mir mal bitte einen White Erste White ist auch nur dir gegenüber zugegeben Ja, hol ihn, hol ihn mit Orbitral Das ist vielleicht sogar besser Aber gib mir trotzdem einen White, bitte LOL Startmode Der fährt mit Motorrad drum, ey, gib mir mal einen White Ey, gib mir mal einen White Okay, er hat Godmode Aber er hat Maintain, oder wer? Geht immer Godmode an Das ist kleiner Kack genug Ich hab den eigentlich 1-0 immer gut irgendwann, aber Da wurde er ein bisschen weggesnipet, der Boy Da hat er nichts machen Mit seinem Aim-Bot und Damage-Mods Geht immer noch ein Reptai-Attacks Hm, ey No, wo ist er noch ein Reptai-Attacks? Geht immer noch ein Reptai-Attacks Und dann Geht immer noch ein Reptai-Attack? Ja